Krieg ist ein Verbrechen. Das ist eine Falle. Mit ihrer Rhetorik, mit ihrer Logik wollen sie nichts anderes, als uns weich zu machen, dass es okay ist, manchmal Kriege zu haben. Dass es okay ist, dass es legitime Kriege gibt, in denen, wenn man sich regelkonform bekriegt, dann auch sterben darf, dann auch töten darf.